Seid mich, komm mal. Schön. Schöner, kleiner Baumarkt. Baumarkt ist natürlich optimal, um sich zu verschanzen. Du hast zwar kein Essen, aber du hast halt eine Menge, um dich zu verbarerkanieren. Und nötige Werkzeug dazu. Oh nein, wir weinten da. Das ist bestimmt Sarah. Oh, wir müssen uns erst mal Sarah trösten. Mach's doch einfach, frag doch nicht. Okay, well, ich will dir eine für später dann. Du kannst nicht wissen, was kommt, aber ich könnte einfach auf dich, wenn du es nicht erwartet hast. Mein Vater hat mich nie zuvor geholfen. Ich habe mich schon schon geholfen. Ich hatte immer noch eine Bühne. Selbst wenn ich wirklich schlecht war. Er hat mich nie zuvor geholfen. Troy hätte ich viel schlimmer. Ihr Vater musste das machen. Carver hat ihn gemacht. So, in eine gewisse Weise, Carver ist derjenige, nicht dein Vater. Er wollte es nicht machen, Sarah. Carver hat ihn gemacht. Er ist der schlechte, nicht dein Vater. Ich glaube so. Carver hat mich sehr schwer, weil es immer so schuldig ist. Ja, es sieht so aus. Oh, danke. Für mich zu helfen. Ich weiß nicht, warum Menschen so schuldig sind. Auch wenn ich wirklich schuldig bin, will ich noch nicht jemanden schuldig sein. Tja, aber so ein kleines Zartel Pflänzchen, Sarah. Don't mess this up. Yeah, I get it. Reggie's in charge here, okay? Listen to him carefully. Yep, no problem, Xavier. Okay, we gotta do a good job, guys. The camp is counting on us. Come on, I'll show you what to do. Oh, and just so you know, Bill yelled at me this morning for what you were doing last night. I'm not mad, but please, please just listen to me today. Okay, I'm on like, the thinnest ice with that guy. Pick up a pair of those shears. Haha, der Blick ist okay. Okay, so we're picking these berries, right? Just pick them, put them in the basket, simple. While you're at it, if you see any dead branches, take those shears and cut them off and stack them neatly for composting. Got it? Hmm. Hey, so, is she gonna be okay? No, it drops her. Huh? That was straight fucked up. I don't want her freaking out and getting me in trouble. I'll take care of her. You don't have to worry. Good, good. Cause I'm awful at that stuff. Look, Bill's had it out for me ever since I helped those guys escape, so I gotta concentrate on my work. Yeah, yeah, immer schön auf 800 Bill von ihr hält. Huh? Immer schön wegschauen. That was awkward. I won't do that again. I'm gonna go work now. Okay, das will ich nie wieder tun. So, na gut. Och, Sarah. Aber das ist so schwierig, tatsächlich, irgendwie, das ist... Komm, mir geht für Sarah. Hey. Here, watch me. Wir sind ja schließlich kein Unmensch, ne? Das ist nicht so schwierig, Sarah. Ich weiß. Ich habe nur Angst, dass ich einen Fehler mache. Es wird nicht das Ende des Weltes sein, wenn du das machst. Just keep going. Ach, Scheiße. Oh, nein. Du hast keine Arbeit gemacht, Clem. Just check it in. See how the new girls are working out. Hm. Na schön. Nein. Wir haben Sarah geholfen und haben unser eigener Arbeit nicht gemacht. Reggie. Ja, Bill. Hey. What the fuck happened in here? Look, Bill. They're new and me with my arm. It's just not the easy... I just have... I have one arm. Shut up, shut up. Shut the fuck up. You better have an explanation for this. And I mean now. Bill, please, just... Sounds like you were about to give me an excuse, when I asked for an explanation. We'll get it done. Just give us some more time. It was my fault. I didn't show Sarah well enough. I guess. No, this ain't your fault. We talked about this, Reggie. Didn't we? But you just don't get it, do you? Get what? I... Why don't you girls wait outside? Reggie and I have a few things to talk about. Ah... 257, grüß dich! Hey, schön, dass du auch mit dabei bist. Guten Morgen. Bin endlich aufgewacht. Na dann, hi. Schnapp dir Kaffee, komm mit dazu. Wir spielen übrigens die zweite Staffel von The Walking Dead. Und es ist einfach... Ahhhh! So, Reggie kriegt jetzt natürlich einen apokalyptischen Anschluss da drinne, wenn nicht so erschlimmere. Aber Reggie ist mir ruhig dabei. Nein, nein, nein! Please, Bill! Nein! 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 Please! Echt jetzt? Was für ein bekackter Motherfucker, Alter! Wichtigkeit, Unkompetenz. Es setzt uns alle auf Risiko. Und es wird nicht toleriert. Du denkst über das. Die nächste Zeit, du hast etwas gemacht. Wichtigkeit. Geht nach unten. Bonnie hat etwas, für dich zu tun. Oh! Hubsa, bist dabei! Hubsa, was zu trinken! Fass sie nicht an! Was für ein Penner? Ja, Richie hätte uns vielleicht noch irgendwann helfen können, aber... Ich... Sarah hat mir noch nicht gedacht. Ich habe einen kleinen Schrauch. Ich habe eine kleine Schrauch. Ich habe einen Schrauch. Ich habe einen Schrauch. Ich habe einen Schrauch. Ich weiß nicht, was Tavia spricht. Clem? Du bist gut? Reggie? Reggie ist tot. Was? Was? Was bist du? Was? Carver hat ihn? Er hat ihn geschluckt. Er hat ihn aus dem Rücken. Vielleicht... Vielleicht war es nur ein Exilf. Mann, nimm ihn doch nicht noch in Schutz, ey. Du weißt ganz genau, dass er ein Psychopath ist. Hör auf mich. Geh das Sachen an die Leute und komm direkt zurück. Nur... Sei sicher. Okay? Jetzt ist es Zeit, dich an dich zu bemerken. Ich muss nachdenken, was passiert. Hey Troy! Clem wird nur den Jungen ein bisschen Nählen nehmen. Okay. Gehen. Wenn man voll mit Nägel ist, dann Chapeau. Dann dürfte er einen nicht wiegen. Das könnte natürlich auch eine sehr perfide Taktik von uns sein, dass wir einfach... Das ist nicht dein Problem. Halt das Sachen an die Leute. Geh das Sachen an die Leute. Geh die Kabel. Einfach negativ auffallen lassen, dass Carver jeden einzelnen tötet von denen. Und nachher nur noch alleine dasteht. Wir haben einen Plan. Clem hat einen Plan. Okay. Na, das sieht nicht so stabil aus. Könnte man da nochmal irgendwie... Vielleicht nochmal... Eine 4x4 Latte hingegen? Nein. Ich bin kein Mensch der Arbeit. Fass das! Lass sie selbst machen, wenn es so wichtig ist. Fass sie nicht so wichtig ist. Fass sie nicht so wichtig ist. Fass sie nicht so wichtig ist. Du kannst mich nicht so richtig machen. Ich sagte, dass deine Hande so aus mir. Oder was? Du gehst mir auf mich? Ich versuche dich zu helfen, scheiße. Ja, das ist eine wirkliche Hilfe. Warum nicht nur über dich selbst? Reggie ist tot. Carver ihn hat. Was? Na toll. Sie sind drin. Schön. Hammer time. Boom. Boom. Okay. Das war nicht so effektiv. Schnell. Klemmi. Weiter da hin. Boah. Alter Arm, Timothy. Da, da 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 da. Oh. Upsi. Kunst geträumt. So, gut. Brett nochmal nehmen. Oh, schnell, schnell, warum kommt der denn immer noch mit hinterher? Warum steht der Ding so weit weg? Jetzt mach doch mal ein kleines Licht, ey! Oh, und schön, die Fontanelle perforiert. Wunderbar, schön. Oh, Hammer Time, Hammer Time for Clementine. Boom! Ach, und weg ist er, schade. Nein, sag jetzt nicht, dass mein Fuß jetzt noch eingeklemmt ist. Och, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Timmy! Schnell! No, 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 no Kommt raus! Kommt! Mach mich zu deinem Scheiß! Jesus! Quicktime Steve! Och komm, so schlimm war ich jetzt nicht! Okay, genug mushy Scheiß! Kommt rein rein, jetzt rein! Ich bin sicher, dass sie da was für dich tun haben. Jetzt! Du denkst, dass ich hier draußen bin? Jetzt muss ich hier sitzen und babysitzen, die Scheiß! Du kannst nicht einen einfachen Scheiß-Pack-Job, ohne mich hier die Wippe zu schrauben! Manche kannst du glaube ich nicht hier winnen. Also, das hätte ich jetzt nicht gewinnen können, glaube ich. So, schön, können wir die Büchse nehmen. Oh, das ist doch hier! Moment, das ist da Luke! Das ist da Luki! Ah! Ah! Stopp! Hey! Das ist mir! Luke! Mann! Das ist die Hölle von mir! Ja! Oh, komm! Hagi! Ich bin Angst. Wir alle waren. Es ist gut zu sehen, du auch, Kind. Alles klar, hör mal. Wir haben nicht viel Zeit. Okay, ich folgte euch hier, wie ich konnte. Ich habe eine Nacht's Rest, seit ihr alle getrennt. Das ist die erste Chance, dass ich mit jemandem gesprochen habe. Sie sind überall, okay? Sie haben die Garten. Sie sehen alles. Shh, shh! Ich glaube nicht. Ja, ich habe gehört, dass die Leute darüber gesprochen haben. Aber das ist nicht so. Okay? Es wird in diesem Ort. Ich weiß, es ist. Ich weiß nicht, wann. Aber es wird kommen. Und es wird bald. Ich habe zu schauen, um dich frei zu holen. Aber ich habe noch nicht zu finden. Hast du dich gut? Nein. Nein, ich meine... Ja. Ja. Entschuldigung. Ich könnte nur ein bisschen schlafen. Du weißt? Ja, das ist gut. Wir können malen. Schlafen. Ha. Schööööperform. Hi, schau. Ja, ich bin gespannt. Okay? Die hele Situation ist gefährlich, aber wir sind jetzt in den Championship. Das ist jetzt, was wir haben. Wir haben nur... Ich brauche einfach eine Planung. Und keine Chance, dass du dich etwas geben. Und alle. Luke? Sorry, sorry. Sorry, 신ette... Ich kann mich nur in Leinke sind. Ist ja, glaube ich, so auch ein anderer Comic von, äh, dem Körg. Der Typ, der halt, ähm, quasi, der Comic von, ja. Der Walk-Hend hat ihn mit, der Walk-Hend davon hat. Körg? Körg? Naja, irgendwie. Ich hab Warzeug im Sonnen. Ich hab' nicht gelesen. Warzeug machen. Ich bin sehr glücklich, dass ich dich aufhören kann. Erinnerst du? Du möchtest mich hier morgen. Ich versuche, dass ich hier in diesem Zeitpunkt sein werde, aber wenn ich nicht, warte mal so lange wie du kannst, weil ich wirklich eine von diesen Radios brauche. Und alle wissen, dass ich gut bin. Okay? Ich bin Angst, dass... Clementine! Geh' raus, wo ich dich sehe! Oh, okay. Geh' raus! Was machst du denn? Huh? Beantwortet mich! Ich hab' die Walk-Hend. Geh' nicht in da, hörst du mich? Das ist alles für dich! Bill-Radio. Was ist ein Wort für dich, wenn du aufhören kannst? Also geh' da hin! Jetzt! Ist ja auch überhaupt nicht wie so'n Magnet. Ach, sag' ich jetzt mal. Erstmal... Schluck Wasser trinken! Aus Wut! So, bei Carver misch' ich bitte, dass jetzt langsam geht. Meister! Großartig! Was ist das? Ich bin nicht in der Zeit. Rebekah! Oh, ich bin nicht in der Zeit. Nein, ich bin nicht in der Zeit. Sie ist eine starken Frau. Sie ist mit den Schmerzen. Ich habe keine Angst, dass ich mich in der Zeit verbreite. Warum tust du das? Was für ein Arschloch, Alter. Was für ein Arschloch. Was für ein Arschloch. Und du wirst nicht in dieser Kette. Du kannst nicht glauben, was das zu passieren, aber ich mag Reggie. Er war ein lustiger Mann. Er hat die Dinge leichtes. Du brauchst Leute wie das. Es ist einfach, dass die Depression in die Zeit in die Zeit zu kommen. Aber er war schweig. Und ich meine nicht nur, weil er schweig war. Das war nicht sein Problem. Er war schweig von Willem. Und schweig von Charakter. Und wir können das hier nicht mehr haben. Nicht mehr. Jetzt mit dem, was wir an der Stelle haben. Du musst dabei sein, dass du zu contributen kannst. Er hat das nicht verdient. Selbst wenn er verletzt hat. Er hat nicht verdient, zu sterben. Oh, er hat sicherlich. Du siehst, Reggie hat uns zu riskieren mit seiner Inkompetenz. Er hat eine String von Schrauben. Kötzten, um viele zu retten zu retten, ist Teil der Erkrankung. Was ist das für eine krankere Logik, Alter. Ja. Ja. Ich wünsche mir, dass es anders war. Aber sie sind schweig und wir sind stark. Deshalb ist es unsere Verantwortung, um die Schrauben zu retten. Um sie zu retten. Es ist ihre Natur zu folgen, nicht zu führen. Ich bin nicht wie du. Mach das Mutti. Ich weiß es, wenn ich es sehe. Und wir sind mehr als du denkst. In fact, ich glaube, dass du es erinnerst. Aber du bist noch nicht mit dir. Es gibt keine Chance, dass du so lange durst. Ich habe es erinnerst. Du hast Angst. Aber du sahst mich direkt in den Augen. Du hast deine Nerve. Das ist das, was wir brauchen. Wenn wir durch das, die nächste Generation wird stärker als die letzte, um uns davon zu führen. Kinder wie du. Die richtige Weg. Die Weg, wie mein Kind wird gegründet. Es ist nicht dieses Hurt, das mich am Abend Wenn wir das nicht behandeln. Es ist nicht bekannt, wenn ich jemanden das alles geben muss. Aber ich bin nicht mehr über das. Was, wenn es nicht yours ist? Ja, verdammt. 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 Das gehört dir. Schau an. Das gehört ihm. Oh Mann. Die Horde wird definitiv zu diesem Markt kommen. Ich denke jetzt nicht, dass es anders sein wird. Und ich glaube, das wird die einzige Chance sein, wie wir verschwinden können. Im totalen Chaos. Wir wissen, was passiert heute Morgen. Ich weiß nicht, was dieser Sonnabissch ist zu machen. So, du willst den Dinner-Bell für ein Hecht von Walkers zu zeigen? Wie ist das besser? Weil dieser Ort wird Chaos, wenn das Ding erhört. Keiner werden, wenn das Ding erhört. Und das ist das, wenn wir gehen. Das ist unser Open. Wir haben einfach nur einen Weg zu finden. Ihr Freund hier hat uns geholfen, bevor Bill kann es tun. Was ist es mit dir? Das ist das, was es zu mir ist. Du wissen, das ist nicht das, was er sagt. Aber es ist doch gefährlich. Das ist alles gefährlich. Vielleicht kann Luke uns helfen. Er ist außerhalb. Er will ein Radio, um ein Blick auf die Gäste zu halten. Danke. Das ist der Plan, den ich für. Du kennst es über Luke? Er hat uns geholfen, als Troy nicht zu schauen. Er hat uns das Plan gesagt. Dann sollte er mit dir sprechen. Wenn Luke uns sagen kann, was passiert ist, wenn er das in den Häusern kann, wir können das benutzen, um einen guten Zeitpunkt zu erheben. Das scheint rechtlich. Wer weiß, wann das wird sein. Es gab eine Frau in Crawford, die die Kirche-Bellen verwendet, um Walkers zu über die Stadt zu senden. Wir brauchen nur etwas wirklich laut. Das PA-System, den Carver immer benutzt, ist ziemlich laut. Es gibt ein paar Sprecher außerhalb des Gebäudes, die nach dem Parkplatz bemerken. Ich sah ihn, als wir nach dem Arbeit gehen. Troy ist immer neben einem. Ich sah die Kontrollen. Die sind in Carvers' Office. Also, dass er funktioniert, wissen wir mal, aber er hat ja schon zu uns gesprochen. Wie wissen Sie das? Ich habe damals viele Anrufe gemacht, ich habe es einmal aufgerufen. Glücklich war es nicht so viel, um es zu hören zu hören. Es war ziemlich laut, doch. Das ist perfekt. Wir mussten nur in sein Haus gehen. Warum hast du nicht etwas später gesagt? Wir brauchen natürlich noch den perfekten Song dafür. Welchen Song würdet ihr abspielen, wenn ihr die Möglichkeit hättet, um die anzulocken? Er muss laut sein, er muss knallen. Es ist auch nicht genau ein Peech. Luke ist in keinem Form, um uns zu helfen. Du willst unsere Feuze in diesem Mann legen? Das ist nicht passiert. Wir sollten das Radio mit Luke holen. Es tut mir leid, dass es mehr Informationen hat. Ich entdecke. Wir können das tun. Aber das Heard wird uns immer wieder rauskriegen. Vielleicht kann Luke von uns erzählen, wo er auskriegen hat. Okay, also wir bekommen das Radio, er bleibt uns auf dem Heard-Movement. Wir fangen das PA-Titel und bringen die Walkers, um uns zu holen. Und dann was? Wake me up for you go-go-escht jetzt, Dave. Ich weiß nicht, was wir können, wir improvise. Das ist nicht ein Plan. Du planst nicht, zu improvise. Ich habe herausgefunden, was dein Problem ist. Du denkst nicht, dass du das alles durchfühst. Wenn der Ende des Planes nur eine Strahl durch eine Heard von Walkers, dann sollte du von der Glocke wissen, dass es nie möglich ist, dass es nie funktioniert. Eigentlich mache ich es immer. Oh, guck mal, sie hat eine Stimme. Dann teile ich mal mit. Haben wir auch in der See öfters mal hier sehen, ne? Die Move. Ich bin leicht. Ja, das ist ja was ich von mir. Ja, das ist ja was ich von mir. Es ist perfekt. Lee hat das herausgefunden. Was? Es ist wie wir aus der Marsehaus. Lee hat mich aufgefunden, und wir gehen direkt durch. Wirklich? Holy shit. Oh, gut, Lee. All right, was warten wir uns? Let's get that stupid radio. Wir müssen trotzdem finden, einen Weg in die Stock room. Ich habe auch einen Plan für das. Komm mal, kid. Ich brauche deine Hilfe. Wo ist die Hölle, ich bin ziemlich sicher. Wir müssen nur die Winch nutzen. Sie kann nur von dort aufhören. Dann, just drop into one of the skylights over the Stock room. There are shelves and stuff for you to land on, so you probably won't fall to your death. Great. That thing breaks all the time. Unless something's changed, they won't support much weight. Come on, up and at them. Don't push her, Kenny. She's our best bet. I mean that, Clem. Now we're never, I guess. Now we're never. That's my girl. We gotta get that rope down. Mike, you want to boost her up? Come on, kid. Tatsächlich kann ich jetzt ja nicht so viel tatsächlich kommentieren dazu irgendwie, weil die halt so viel reden. Don't let go. I got you. Nur die ganze Zeit am lesen bin. Genau wie ihr wahrscheinlich. Bup, pull the rope. So, nun. Oh, nein, losseil. Okay. Auf geht's. Bis zur Unendlichkeit und auf hier weiter. Na klar. Schön. Ah. Ah. Gott sei Dank sind wir am Stacheldraht hingeblieben. Schön. Und da kommt die Rorde. Wir sind in Träumen. Ich sag wie das, das werden die alle schaffen. Also, das würde ja wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn das alle schaffen würden. Aber da glaube ich nicht dran. Das ist tatsächlich, irgendjemand wird's erwischen. Irgendjemand, bei dem das weh tut. Gibst du? Gibst du? Gibst du? Gibst du? Gibst du? Ich hab die Mütze. Ich weiß nicht, Bill denkt, wir sind. Natürlich macht er, aber er dachte, dass wir das letzte Mal haben. Wir haben viel gelernt seit dem letzten Mal. Ist das genug, doch? Wir finden, ob sie das hier umdrehen. Ja. 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 Ja, da komm ich jetzt nicht drin. Aber er hat Pläne. Oh. Mit Wachen. Ja, schöne Scheiße. Okay. Schau mal nochmal hier. Oh, hier kann man sich wahrscheinlich hier drunter verstecken. Wer weiß, was gleich passieren wird. Hm. Die Steuerung ist manchmal etwas hakelig. Oh, was haben wir hier? Hier können wir sogar rein. Sehr gut. Schwupp. Klick on. Bei ihr bin ich mir tatsächlich auch noch nicht so sicher, ob wir sie nicht eventuell... ...bekehren könnten. Das ist verrückt über Reggie, oder? Ja. Du denkst Bill? Ja. 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 Ich glaube, ich glaube, Bill wird ihn wiederholfen. Huh? Du hast nicht? Nein. Du hast nicht? Ich weiß nicht. Also wirklich? Keine Scheiße. Du denkst du, wir sind bereit? Ich denke so. Ich weiß nicht. 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 Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Es ist ein bisschen anders, wenn es tot menschliche Menschen geht. Ich gebe dir das. Also was machst du morgen? Bill möchte ich, diese Beid-Tür fixen. Ist das, während du da bist? Ja. Kann ich es wieder tun? Ich versuche es zurück, wenn wir die Pris-Ner, die neuen Leute inbraten. Siehst du? Es ist schwierig, nicht die Pris-Ner. Auf jeden Fall, ich schaue es jetzt. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Jesus, wirklich? Wir haben viel Spaß gemacht, um diesen Ort zu bauen. Ich weiß nicht, ob wir die Materialien hatten, bevor wir zu expandieren hatten. Ich weiß nicht, ob du, aber es scheint, dass wir das wirklich noch nicht machen sollten. Ist das denn das für ein Quatsch jetzt? Wir brauchen mehr Raum, um mehr Raum zu machen? Ich weiß nicht, Hank. Bill hat einen Plan. Schau, sagen wir, wir kenne es für heute. Wir sprechen mit dir. Okay, wir sprechen mit dir später. Ja, später. Aus? Aus. Na, endlich. Meine Güte. Kann ja auch schwierig werden, ne? So ein Funkgerät auszunehmen. Okay. Uh. Ich hab mich schon wieder ohne Funkgerät los... Leise, 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 leise. Okay. Cool, cool, cool. Wir sind noch nicht safe, Clemmy. Wir sind noch nicht safe. Jetzt sind wir safe. Das ist okay. Du kriegst ihn? Okay, schau runter. Ich hab dich. Ah. Ich, das? Wie, du fängst mich nicht. Danke, Mike. Troy will be back. Troy will be back any minute. Well? Adam. Everybody stay where you are. No need drawn suspicion. That was so cool. Thank you, Clemm. I told you you probably wouldn't die. Nice job. Ich hatte ganz schön Angst. Thanks. Yep. Yep. Anyway. Get some rest. I thought about Duck today. About his dumb little face. Naja. Sein Sohn. The first things that come to mind are always the dumb things he was doing. Kid was always running in circles. Every damn place he went. He just ran. He couldn't stop him. He couldn't stop him. It makes it harder to remember. He was a good boy. Well. Long day tomorrow. One long day. Hey. Tatsächlich hat er auch probiert sich selbst umzubringen. Was auch vollkommen... Also, ich... Ich hätte es verstanden. Ich hätte es verstanden. Ich hätte es verstanden. Ich hätte es verstanden.